Es sind einige Parallelen, tatsächlich sind sie auch gar nicht so weit zeitlich voneinander unterschieden. Der gleiche Autor, Paulus, aber er schreibt nicht ganz allein, sondern zusammen mit Silvanus und Timotheus. Silvanus ist übrigens die Langform von Silas, also der Silas in der Apostelgeschichte ist der Silvanus hier, der als Mitautor genannt wird. Und genauso wie im ersten Thessalonicherbrief geht auch dieser zweite Thessalonicherbrief an die Gemeinde der Thessalonicher und Paulus schreibt hier in Gott, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, in Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus und das ist eine besonders schöne Wendung und ich glaube hier hat etwas, es hat etwas zu tun mit seinem Hirtenherz. Er will sie bekräftigen, er will sie bestätigen. Ihr seid in Gott. Der Vater und Jesus Christus ist mit euch. Warum ist das so notwendig? Warum ist das so bedeutsam? Nun, diese Gemeinde, sie war gerade erst gegründet und schon musste sie Verfolgung erleben. Wie kaum eine andere Gemeinde ist von Beginn an diese Gemeinde bedrängt gewesen. Wir lesen das in der Apostelgeschichte in Kapitel 18, wie, Entschuldigung, vorher in Kapitel 17, wie sie schon sofort bedrängt werden von den Juden, die dort Anstoß und Ärger nehmen an Paulus und der Verkündigung und schon im ersten Thessalonicherbrief haben wir mitbekommen, wie sehr das auch Paulus beunruhigt hat. Er musste sogar vorher abreisen aus Sicherheitsgründen, so bedrohlich war diese Lage. Und er schrieb den ersten Thessalonicherbrief, nachdem er Timotheus schnell zurückgeschickt hatte und sagte, guck bloß, wie es denen geht. Er hatte keine Ruhe. Er musste unbedingt hören, wie es geht. Und Timotheus hat gute Nachrichten mitgebracht. Und so hat er den ersten Brief geschrieben. Während Paulus in Athen war, hatte er schon Timotheus hingesandt. Und er war ermutigt durch diese Standhaftigkeit, trotz der Verfolgung. Und Paulus hat sie ermutigt, auch in Heiligkeit, im Hinblick auf die Ankunft des Herrn festzuhalten, standzuhalten. Und hier der zweite Brief, aus dem geht hervor, dass diese Verfolgung weiter anhält. Ja, diese Gemeinde ist immer noch in Bedrängnis. Das war nicht irgendwie nur so eine kurze Phase und dann ebte es schnell ab, nachdem Paulus weggegangen war, sondern sie blieb in dieser ständigen Anspannung. Und so schreibt Paulus, der Gemeinde des Thessalonicher, in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also er will ihnen nochmal ganz besonders bezeugen, betonen, der Herr ist mit euch. In dem zweiten Brief finden wir allerdings, dass es in der Gemeinde zu einigen Missverständnissen gekommen ist, in Bezug auf das Kommen des Herrn. Die Wiederkunft Jesu, die Ankunft Jesu war ein großes Thema schon im ersten Brief. Jedes einzelne Kapitel endete mit einem Hinweis auf die Ankunft des Herrn. Und jetzt scheint es aber in dieser Gemeinde auch zu einigen Missverständnissen, einigen falschen Lehren gekommen zu sein über die Ankunft des Herrn. Und so manche in der Gemeinde wurden ziemlich beunruhigt darüber, auch durch falsche Berichte. Wir gehen gleich noch darauf ein. Dann gab es einige in der Gemeinde, die haben aufgehört zu arbeiten. Es gibt unterschiedliche Erklärungen, warum das so war. Ob es einfach nur Faulheit war oder vielleicht aber auch in einer gewissen Verbindung zu diesen Lehren der Ankunft des Herrn. Schon im ersten Thessalonicher Brief hat Paulus dazu aufgerufen, dass ein jeder in Stille arbeiten soll. Und das wird hier nochmal ein größeres Thema im zweiten Thessalonicher Brief. Und so finden wir, dass Paulus einen dreifachen Zweck verfolgt mit diesem zweiten Thessalonicher Brief. Er will die Gemeinde in ihrer Standhaftigkeit unter Verfolgung ermutigen. Und dann korrigiert er einige Missverständnisse über die baldige Wiederkunft des Herrn und er unterweist die Gemeinde, wie sie gegen die Arbeitsverweigerer vorgehen soll. Und das Ganze schreibt er nur wahrscheinlich wenige Monate nach dem ersten Thessalonicher Brief. Wir befinden uns, er befindet sich wahrscheinlich immer noch in Korinth, wo er ja anderthalb Jahre blieb. Und deswegen ist dieser zweite Thessalonicher Brief wahrscheinlich so um 50 oder 51 nach Christus zu datieren. Nun können wir einmal durchgehen durch diesen Brief, eine Gliederung. Tatsächlich können wir mehr oder weniger einfach an diesen Kapiteln auch die Hauptthemen zuordnen. Das erste ist Ermutigung in Bedrängnis. Das ist das erste Kapitel. Es beginnt mit der Begrüßung und dem Segen, ich habe gerade schon vorgelesen. Und dann finden wir in den Versen 3 und 4, dass er dankbar ist für die Frucht, die in der Gemeinde hervorkommt, inmitten der Bedrängnis. Er dankt Gott für den Wachstum im Glauben und der Liebe und zwar bei jedem Einzelnen. Hier heißt es, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt, sodass wir selbst uns euer Rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Eine besondere Betonung, die Paulus hier macht, jeder Einzelne von euch wächst in der Liebe und im Glauben inmitten dieser Bedrängnis. Und Paulus dankt dafür, für diese Frucht. In einer Zeit, wo man es vielleicht gerade nicht erwartet und er weiß, nee, genau, genau in dieser Zeit wirkt Gott dies. Und er gebraucht es sogar, es wird sogar zum Zeugnis und zur Ermutigung für andere Gemeinden. Ich erzähle von euch in den anderen Gemeinden, ich berichte davon, was der Herr Großes tut in dieser Bedrängnis. Er dankt für die Frucht im Bedrängnis. Und dann finden wir in den Versen 5 bis 10 die Ermutigung im Blick auf das Gericht Gottes. Und er erklärt den Thessalonichern, eure Leiden sind sogar ein Beweis, dass ihr zum Reich Gottes gehört. Es zeigt, dass ihr zum Herrn gehört. Und damit sollen sie ermutigt werden. Das ist nichts Fremdes, was euch geschieht. Das ist nicht etwas Außergewöhnliches, dass Gott sich gegen euch stellt. Nein, gerade die Art und Weise, wie ihr gerade verfolgt werdet, es zeigt, ihr gehört zum Herrn, ihr gehört zu seinem Reich. Und eure Leiden bestätigen die Gerechtigkeit Gottes, wenn er eure Verfolger richten wird. Also Paulus, er macht deutlich, er sagt nicht, wartet nur noch kurz und dann wird alles wieder sich in Sonnenschein auflösen. Aber er sagt, es gibt einen Tag, da wird Gott richten. All das, was ihr jetzt leiden werdet. Und das wird die Gerechtigkeit Gottes umso mehr demonstrieren. Dass er die, die euch jetzt bedrängen, mit Bedrängnis heimzahlen wird. Ja, es wird eine Rache geben für eure Leiden. Vielleicht erfahrt ihr diese Rechtfertigung im weltlichen Sinne, in diesem Leben noch nicht, dass ihr vor allem als die Unschuldigen dargestellt werdet, die zu Unrecht verfolgt wurden. Aber es kommt der Tag, da wird Gott Gericht halten. Und eure Leiden, sie werden nur noch mehr Ausdruck geben, dass Gottes Gericht gerecht ist gegenüber den Gottlosen. Und Jesus wird bei seiner Wiederkunft die Ungehorsamen richten und die Gläubigen zur Ruhe führen und selbst dabei verherrlicht werden. Er zeigt auf, wir gehen da gleich noch kurz darauf ein, wie Jesus wiederkommen wird bei seiner Ankunft. Und er wird siegreich sein. Und er wird all dem der Gottlosigkeit und all dem Bösen ein Ende setzen. Und er wird verherrlicht werden in all seinen Heiligen. Und er, Paulus schließt dann hier das erste Kapitel, Versen 11 und 12, mit einem Fürbittegebet. Er bittet um Wohlgefallen und Güte, damit Gott in Kraft vollende und sich selbst verherrlicht. Ermutigung in Bedrängnis. Das erste Kapitel, etwas, was Paulus besonders auf dem Herzen liegt. Und auch für uns durchaus einen großen praktischen Nutzen hat. Das zweite Kapitel geht um die Berichtigung bezüglich der Wiederkunft des Herrn. In den ersten zwei Versen des zweiten Kapitels heißt es, geht Paulus darauf ein, lasst euch nicht so leicht erschrecken. Ja, da gab es einige, er sagt, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschütternd lasst. Ja, da gab es einige Verunsicherung. Und zwar in Bezug auf die Vereinigung mit dem Herrn bei seiner Ankunft. Also wir haben das im ersten Thessalonicher Brief gelesen. Ja, er sagt, ja, macht euch keine Sorgen. Die, die jetzt schon gestorben sind, die haben uns nichts voraus, sondern wir werden alle zusammen, wenn der Herr wiederkommt, vereinigt werden. Und jetzt gab es einige Unsicherheiten wegen dieser Vereinigung mit dem Herrn, sodass manche Christen erschüttert waren. Ja, sie waren in ihrem Sinn, in ihrer ganzen Einstellung, sie waren sehr verunsichert, besorgt. Warum? Weil es dort einige gab, die haben gelehrt, als ob der Tag des Herrn schon da wäre, schon gegenwärtig wäre. Also entweder unmittelbar bevorstehend oder vielleicht sogar bereits begonnen. Da gab es einige, die haben vielleicht gesagt, all diese Bedrängnisse, die ihr jetzt erlebt, das ist jetzt schon unmittelbar, bevor der Herr kommt. Ihr könnt euch jetzt schon vorbereiten, jetzt kommt bald der Herr. Oder sie haben gesagt, der Herr ist vielleicht sogar schon gekommen. Und so gab es einige Verunsicherungen. Paulus geht nicht im Detail darauf ein, aber er sagt, ihr lasst euch in eurem Sinn sehr leicht erschüttern. Aber das wurde gefördert durch falsche Berichte. Er sagt, durch Geist, also falsche Prophetie, durch Wort, also durch Irrlehre, oder durch Brief, also da kursierten scheinbar Briefe, wo da jemand eine Fälschung gemacht hat und so geschrieben hat, als wäre er Paulus und hat davon irgendwas noch von der Ankunft des Herrn geschrieben und das hat mit dafür gesorgt, dass die Gemeinde hier sehr beunruhigt wurde. Ich lese hier nochmal den Vers 2. dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Dass euch doch niemand auf irgendeine Weise verführe. Und dann entgegnet er den falschen Behauptungen. Und zwar erklärt er, dass zuerst es zu einem Abfall kommen muss und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart werden wird. Finden wir in den Versen 3 bis 5, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich erhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Also er geht hier zurück auf das, was er selbst in Thessaloniki, was er ihnen gesagt hat, was er gelehrt hat, gerade auch über die Wiederkunft des Herrn. Und hier, gerade da, wo sie so beunruhigt sind, wo sie so erschüttert sind, wo sie so besorgt sind, oh, ist das vielleicht alles schon geschehen, ist das jetzt schon da, wo er sagt, hier, ich erinnere euch an das, was ich euch bereits gelehrt habe. Zum einen, es kommt zu einem Abfall und es wird der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart werden. Und so wird er vorgehen. Und das müsst ihr, könnt ihr beobachten und solange das noch nicht geschehen ist, müsst ihr nicht denken, dass Jesus schon wiedergekommen sei. Aber er sagt auch, er erklärt weiter in den Versen 6 und 7, der Mensch der Sünde wird noch zurückgehalten, obwohl das Geheimnis der Gesetzlosigkeit bereits am Werk ist. Aber da ist noch etwas, was abhält, dass es völlig geoffenbart wird, dass es völlig entfaltet wird. Aber wenn der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart ist, wird der Herr ihn bei seiner Ankunft vernichten. Vers 8. Dann lernen wir in Vers 9 bis 12, das Kommen des Gesetzlosen ist das Werk des Satans und er wird diejenigen verführen, die die Wahrheit nicht lieben. Und das sogar mit Zeichen und Wundern und so manchen Mächten des Irrtums. Und Paulus schließt dann dieses Kapitel in Versen 13 bis 17 mit einer Ermutigung zur Festigkeit. Er dankt Gott für sein Werk in den Gläubigen und ruft sie auf, die überlieferte gesunde Lehre im Glauben festzuhalten. Gerade im Gegensatz zu irgendwelchen falschen Prophetien, falschen Lehren oder gefälschten Briefen. Und dann endet er mit einem Segensgebet um Trost und Stärkung für die Thessalonicher. Im dritten Kapitel finden wir dann die Ermahnung bezüglich der Untätigen. In den ersten fünf Versen bittet Paulus um Gebet und segnet die Gemeinde. Das ist so ein bisschen so ein Übergang, diese fünf Verse. Man kann sie auch zu dem zweiten Punkt dazu zählen. Ich habe sie jetzt hier zu dem dritten. Es gibt sozusagen Verknüpfungen zu beiden Themen. Aber zum einen sagt Paulus, er bittet um Gebet für seinen Missionsdienst und die seiner Mitarbeiter, dass sie bewahrt werden vor bösen Menschen. und er drückt aus ein Vertrauen darauf, dass Gott die Thessalonicher schützen wird. Und er vertraut auch darauf, dass sie dem Gehorsam sein werden, was er als Apostel ihnen weitergibt. Und dann segnet er sie mit Liebe und Geduld. In den Versen 6 bis 15 finden wir dann einen Aufruf zur Zucht gegenüber den Untätigen. Ein Aufruf zur Gemeindezucht. Die Gemeindeglieder sollen sich zurückziehen von Brüdern, die nicht so leben, wie die Apostel es gelehrt und vorgelebt haben. In den Versen 6 bis 9. Und dann erklärt er in den Versen 10 bis 12, einige wollen nicht arbeiten. Ich lese hier mal, denn auch, als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Unnütze Dinge treiben, heißt es hier, es kann auch bedeuten, sich in fremde Angelegenheiten kümmern oder Dinge treiben, die sie nichts angehen. Ja, es gibt hier alle möglichen Spekulationen, was das genau bedeuten kann. Auf jeden Fall wollten sie keiner ordentlichen Arbeit nachgehen, vielleicht fühlten sie sich berufen wie so Endzeitpropheten, dass sie sagen, es ist jetzt mein Dienst, dass ich hier alle Arbeit lasse und ich brauche Förderung der Gemeinde, damit ich jetzt hier eine ganz besondere Aufgabe nachgehen kann. Oder vielleicht haben sie auch gesagt, ja, Jesus kommt jetzt jeden Augenblick wieder, jetzt ist ihnen nicht mehr die Zeit zu arbeiten, sondern wer gläubig ist, wer auf dem Herrn vertraut, der richtet sich jetzt ganz darauf aus und wie auch immer es gelegen ist, Paulus sagt, sie wandeln unordentlich. Wahrscheinlich vermutet er einfach eine ziemliche Faulheit dahinter. Wenn es nur irgendwie eine Möglichkeit gibt, die Arbeit mit einem frommen Schein beiseite zu legen, dann sind sie gerne bereit, das zu tun. Und er sagt, das darf nicht sein unter den Christen. Nein, wir haben euch schon damals ermahnt, dass ihr arbeiten sollt. Wir haben euch ein Vorbild gegeben, dass wir euch nicht zur Last fallen wollten, sondern wir haben gearbeitet mit Fleiß und dem sollt ihr nachgehen. Und er ruft sie auf, nicht müde zu werden, Gutes zu tun. Das heißt, hier in dem Zusammenhang zu arbeiten, aber eben auch zur Nächstenliebe, also da, wo wirklich eine Not ist, da, wo wirklich ein Mangel ist, dem nachzugehen. Übrigens, dieser Vers, er sagt nicht, jemand, der seinen Job verloren hat und findet keine neue Arbeit, dass das irgendwie ein unordentlicher Wandel ist, sondern hier ist es jemand, der nicht arbeiten will, der einfach irgendwie eine Ausflucht sucht und sagt, nee, ich möchte nicht arbeiten. Das ist das, was der Apostel hier als unordentlichen Wandel beschreibt. Und dann bekräftigt er die Notwendigkeit zur Gemeindezucht. Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet, also macht ihn kenntlich, nennt es beim Namen, habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde und seht ihn nicht als einen Feind an, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Und das ist das, was Gemeindezucht deutlich machen soll. Es ist keine Erklärung zu sagen, ja, nee, du bist gottlos, du wirst auf jeden Fall verdammt werden, sondern dass man sagt, okay, wir sehen dich nicht als Feind an, aber so wie du lebst, folgst du nicht dem Wort Gottes. Und so wie du lebst, können wir dich nicht als einen Bruder behandeln, auch wenn wir wünschen, dass du es bist und hoffen, dass du es bist. Aber wir bezeichnen dich, das heißt, wir machen etwas kenntlich und die Gemeinde hat nicht die gleiche geistliche Gemeinschaft mit dir, wie sonst, damit du, wenn möglich, zur Umkehr geführt wirst und Wüste tust und zurückkehrst. Und Paulus schließt mit einem Gruß und Segen in den Versen 16 bis 18. Er segnet durch Gottes Frieden und seine segnende Gegenwart. Dann bestätigt er noch einmal die Urheberschaft seines Briefes. Er sagt genau, wie er, was für ein Zeichen er hat und das ist das Zeichen, dass man auch erkennt, aha, das ist seine Unterschrift, das ist wirklich ein Brief von ihm. Und dann in Vers 18 gibt er noch einmal den Segen der Gnade des Herrn Jesus Christus. Was lernen wir in diesem Brief über den Herrn Jesus? Nun, auf der einen Seite gibt es, wie auch im ersten Brief, natürlich das Thema der Ankunft des Herrn. Aber hier im zweiten Thessalonicher Brief wird ein Aspekt dieser Ankunft besonders hervorgehoben. Und zwar ist Jesus Christus der göttliche Kämpfer und Richter. In Kapitel 2, Vers 8, da lesen wir, Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Er wird ihn vernichten durch den Hauch seines Mundes, durch die Erscheinung seiner Ankunft. Wenn Jesus wiederkommt, wird er diesen Mann der Gesetzlosigkeit, diesen Gesetzlosen, den Sohn des Verderbens, er wird ihn vernichten. Hier wird ein Bild aufgezeigt, wie Christus wiederkommt, nicht in Knechtsgestalt, nicht in Schwachheit, sondern in großer Macht und Herrlichkeit, als ein siegreicher Kämpfer. Er wird den endgültigen Sieg über Satan und all seine Diener davontragen. Und das können wir ein bisschen parallel setzen mit Offenbarung, Kapitel 19. Ich lese hier mal ein paar Verse, beginnend mit Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Und in Vers 13 heißt es, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und hier merken wir, aha, hier geht es um Jesus Christus. Johannes nennt ihn häufiger oder sowohl im Evangelium als auch in seinen Briefen und in der Offenbarung das Wort Gottes. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nation schlage und er wird sie hüten mit eisernen Stab und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmens, des Zorns Gottes, des Allmächtigen. Vers 19. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Truppen versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinen Truppen Krieg zu führen. Und er wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war, und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahm und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt, und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß, und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Was Paulus hier quasi in einem Vers andeutet, wird in der Offenbarung ein bisschen weiter ausgeführt. Christus kommt wieder als siegreicher Herr und durch den Hauch seines Mundes oder wie es hier in der Offenbarung heißt, durch den Schwert seines Mundes, also er hat volle Autorität und allein das, was er sagt, was er aushaucht, es wird in einem Schlag alle Feinde besiegen. Es ist kein gleichwertiger Kampf, wo man nicht weiß, wie es ausgehen wird. Er wird erscheinen in Herrlichkeit. Er wird sprechen und damit den Sieg erringen. Aber wir finden auch schon im ersten Kapitel diesen Hinweis auf Christus, den siegreichen Kämpfer. Im Kapitel 1, Abvers 7, im zweiten Teil, heißt es, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Verderben heißt auf der einen Seite nicht völlig ohne Gott zu sein, sondern hier, Paulus nennt es, das Verderben ist vom Angesicht des Herrn. Sie werden Verderben haben, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn. Die Hölle wird nicht der Ort sein, wo Gott nicht ist, sondern wo das zornige Angesicht Christi beständig ist. Aber nicht seine Güte, nicht seine Freundlichkeit, nicht seine Liebe, sondern nur sein heiliger Zorn. Und hier heißt es auch in Ewigkeit. Er wird, Christus wird dieser Richter sein, der in Ewigkeit strafen wird. Die Hölle wird in Ewigkeit, dieses Verderben in Ewigkeit sein, vor dem Angesicht Christi, der richten wird. Aber wir sehen hier auch dieses Szenario, wie er vom Himmel her kommt, mit den Engeln seiner Macht, ein flammendes Feuer. Und er übt Vergeltung, er bestraft alle und das ist interessant, die Gott nicht kennen. Er straft alle, die Gott nicht kennen. Und die, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. das Evangelium ist nicht nur ein Angebot, es ist auch ein Gebot. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an den Herrn Jesus Christus. Es ist ein Gebot, das Gott jeden Menschen gibt. Und auch wenn es eine gnädige Veränderung unseres Herzens bedarf, dass wir tatsächlich dem nachfolgen können. Es ist ein Gebot, das jedem Menschen gilt. Und weder zu sagen, ach, ich kenne Gott gar nicht, ist eine Entschuldigung, noch zu sagen, ich habe das Evangelium gehört, aber ich habe dir nämlich geglaubt. Nun, Christus kommt wieder und wird solche Strafen, die Gott nicht kennen und dem Evangelium nicht gehorcht haben. Sie werden Strafe leiden, aber gleichzeitig wird er kommen, nicht nur als ein Richter, sondern eben auch als ein siegreicher Feldherr, der all die Seinen zu sich nimmt. Und er wird verherrlicht werden in all seinen Heiligen. Und das ist eine Hoffnung, inmitten von der Bedrängnis, inmitten all der Verfolgung, inmitten all der Feindschaft und des Hasses. Und wer weiß, wie viele auch der Gemeinde vielleicht sogar gefangen genommen wurden, hingerichtet worden sind. Gibt einige Hinweise darauf, aber er richtet ihren Blick auf den Herrn, der kommen wird in Herrlichkeit und der mit siegreich kommen wird über all die Gottlosen, über all die Bedränger und er wird in Gerechtigkeit richten. Und dann gibt er noch einen weiteren Blick auf Christus und zwar Christus als dem, der in Leiden ausgeharret hat. In 2. Thessalonicher 3, Vers 5 heißt es, der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Nun, in Zeiten von Not, von Bedrängnis, von Leid ist zum einen die Versuchung zu sagen, Gott liebt mich nicht. Gott hat uns verlassen. Und Paulus sagt, oh, möge Jesus eure Herzen auf die Liebe Gottes ausrichten. Dass ihr trotzdem in dieser Phase die Liebe Gottes erfahrt. Aber wie? Gerade in Verbindung mit dem Ausharren Christi. Warum? Nun, Jesus hat so viel Spott und Hass und Verleumdung und Bedrängnis der Menschen erduldet. Er hat ausgeharrt bis zum Ende. Gerade darin zeigte sich die Liebe Gottes am Kreuz von Golgatha. und jetzt ruft er die Thessalonicher auf, schaut auf das, was Christus getan hat. Ja, nach menschlicher Perspektive machte das vielleicht erstmal überhaupt keinen Sinn. Die Jünger haben auch nicht verstanden. Selbst als Jesus angekündigt hat, all sein Leiden, haben sie es nicht verstanden. Aber Jesus hat ausgeharrt. Und gerade darin offenbarte sich die Liebe Gottes. Und so ruft er jetzt auch Thessalonicher auf. Jesus kommt wieder in Herrlichkeit. Er wird alles wieder in Geradheit richten. Er wird euch erheben und in seine Herrlichkeit führen. Er wird alle, die euch bedrängen, er wird sie strafen. Er wird siegreich sein, mit dem Hauch seines Mundes. Aber bedenkt auch jetzt in dieser Zeit, nehmt Christus als Vorbild, wie er in Niedrigkeit ausgeharrt hat. zeigt sich etwas von dem Plan und von der Liebe Gottes. Bis Jesus wiederkommt, soll auch unser Herz auf sein treues Ausharren gerichtet sein. Und was lernen wir in diesem Buch über die Rettung? Nun zum einen gibt es einen sehr schönen Segensgebet, wo Paulus auch eingeht auf die Rettung. In 2. Thessalonicher 2, Vers 13 und 14. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Im 2. Thessalonicher Brief gibt es tatsächlich bemerkenswert viele Segensgebete von Paulus, vielleicht auch geschuldet der besonderen Bedrängnis und Situationen. Immer wieder hebt Paulus an und segnet sie. Aber hier ist etwas in besonderer Weise über die Rettung. Wir finden zum einen die Erwählung. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung. Also er tröstet und bestärkt die Gläubigen zu sagen, Gott hat euch bestimmt zur Rettung. Er hat euch erwählt von Anfang an in seiner Liebe. Und dann sagt er, diese Rettung findet aber in Heiligung statt. Dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes. Es gibt keine Rettung ohne Heiligung. Ihr wisst, dass die Gnadenlehren werden oft verspottet. Ach ja, da ist Erwählung und dann können die Leute leben in Sünde, wie sie wollen und kommen trotzdem in den Himmel. Nein, Paulus er verknüpft das zusammen und sagt, eure Errettung war bestimmt, Gott hat euch erwählt von Anfang an, aber er hat auch das Mittel erwählt in Heiligung und mehr noch, auch im Glauben an die Wahrheit. Zwei Mittel, Heiligung und Glauben an die Wahrheit. Es wird niemand gerettet durch eine Heiligung durch Irrlehre, durch einen Irrglauben. Es muss die Wahrheit geglaubt werden. Und dann führt das Evangelium, es ruft zur Herrlichkeit, es beruft zu der Herrlichkeit, auf die das Evangelium hinweist. Die Erwählung, die Heiligung, der Glaube an die Wahrheit und die ewige Herrlichkeit, somit umschreibt Paulus die Rettung der Christen. Und dann ist es auch trinitarisch. Da habt ihr es gemerkt. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat. Hier geht Paulus ein auf Gott den Vater, der die Christen erwählt hat. Zur Rettung in Heiligung des Geistes und dem Glauben an die Wahrheit. Der Heilige Geist heiligt die Christen und führt sie zum Glauben an die Wahrheit. Und dann, wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium zu erlangen der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Die Herrlichkeit, die Jesus Christus erworben hat, durch sein Tod am Kreuz, ist das Ziel des Evangeliums. Und wir sehen hier also alle drei Personen der Dreieinigkeit in dieser Rettung involviert. Und Paulus in diesen wenigen Worten, er verbindet all diese kostbaren, wertvollen Konzepte und Lehren. Und dann, wir sind schon kurz darauf eingegangen, diese Rettung, sie macht den Christen niemals untätig. Wir glauben, dass es Erwählung ist, wir glauben, dass es Gnade allein ist, wir glauben, dass es Gott ist in all seinen drei Personen, der all das wirkt in den Menschen. Es ist nicht unser Werk, nicht unser Verdienst, nicht unsere Arbeit, aber diejenigen, die errettet sind, die sich Brüder nennen, sie sollen tätig sein. Und zwar solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Ja, die Rettung soll gerade zu einer Tätigkeit führen, zum Gutes tun, zu einer Heiligung, die sich auch äußert in Fleiß und Kraft und Arbeit. Paulus sagt nicht, ich ermahne euch, weil es weise ist, weil es ein besseres Zeugnis ist, weil es doch gut ist, weil es sinnvoll ist, ich ermahne euch, im Herrn Jesus Christus. Das ist das, was Christus, euer Retter, verlangt und wenn ihr euch zu Christus bekennt, oh, dann lebt in diesem Leben, auch in entsprechender Tätigkeit, in der Weise, dass ihr arbeitet und euer eigenes Brot essen könnt. Also, dass ihr nicht bloß abhängig seid von anderen, weil euch das bequemer ist. Also, noch ein paar Besonderheiten. Der zweite Thessalonicher Brief ist am bekanntesten für seine Aussagen über den Mann der Gesetzlosigkeit und ich muss euch enttäuschen, ich werde nicht alle Fragen und alle Geheimnisse offenbaren, Paulus geht nur sehr, sehr knapp darauf ein und es gibt sehr, sehr viele Spekulationen, auch ganz unterschiedliche Auslegungen, hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie man andere Stellen in der Offenbarung, im Matthäus-Evangelium, in den Johannesbriefen und dergleichen, wie man das auslegt, aber man findet vielleicht doch mehr in diesen wenigen Aussagen, als man denkt und ich möchte hier mal ein paar Dinge einfach zusammenfassen oder aufweisen. Zum einen lesen wir in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall kommt und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens das kommt noch nicht der Vers, den ich meine, Vers 8, und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes. Es scheint hier, dass der Mensch der Gesetzlosigkeit und übrigens er wird häufig auch mit dem Antichristen gleichgesetzt. Antichrist ist sozusagen eine Art Gegenchristus, ein falscher Messias. Das Wort Antichrist finden wir nur in den Johannesbriefen und hier im 2. Thessalonicher Brief wird es der Mann der Gesetzlosigkeit genannt oder auch Sohn des Verderbens und der Gesetzlose. Aber es gibt einige durchaus gute Hinweise, dass das hier das Gleiche meint, der Antichrist und auch der Mensch der Gesetzlosigkeit. Aber es scheint, dass dieser Mensch der Gesetzlosigkeit erscheinen wird, kurz vor der Ankunft Christi. Denn wenn er kommt, wird er ihn vernichten, so heißt es. Und er sagt, dass einige Vorbedingungen für das Kommen Christi da sein werden. Der Mensch der Gesetzlosigkeit muss offenbart werden und sein gotteslästerliches Werk tun, bevor Christus kommt und mit ihm fertig wird. Und Paulus fordert auch, lasst euch von niemand verführen. Gerade die Verführung wird mit ein Zeichen sein. Das zweite Kommen unseres Herrn wird aber nicht stattfinden, bevor der Mensch der Gesetzlosigkeit erschienen ist. Dann lernen wir, dass dieser Mensch der Gesetzlosigkeit eine Ankunft hat. Das ist interessant. Paulus gebraucht hier das gleiche Wort, wie auch für die Ankunft Christi, Parousia. Und das ist überhaupt in fast allen Aussagen, die wir hier über diesen Mensch der Gesetzlosigkeit finden, es ist so, dass es eine Art Zerrbild von Christus ist. So vieles, was wir bei Christus sehen, im Positiven, das ist wie eine Art Fälschung bei diesem Menschen der Gesetzlosigkeit. Auch er hat eine Parousia, eine Ankunft, eine Erscheinung, ein Auftreten, das kommt. Der Mensch der Gesetzlosigkeit ist deswegen wahrscheinlich tatsächlich ein Name für den Antichristen, er ist ein gefälschter Christus. Und gleichzeitig, obwohl es diese eine Ankunft geben wird und es offenbar werden wird, gibt es dennoch, wie es hier auch beschrieben wird, dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit schon jetzt am Werk ist. Also, wir können sagen, der Geist der Gesetzlosigkeit, im Johannesbrief heißt es, der Geist des Antichristen ist jetzt schon am Werk. Ein Vorbote für das Kommen dieses Menschen der Gesetzlosigkeit ist bereits in der Gemeinde am Werk. In 1. Johannes 2, Vers 18 heißt es, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Nun sind viele Antichristen gekommen. Das ist quasi schon durch die ganze Kirchengeschichte gibt es falsche Messiasse, falsche Christusse, eine Form, wo wie Christus irgendwie durch eine Kopie ersetzt werden soll. Der Geist des Antichristen ist lebendig und wirksam und das sind durch falsche Lehren, durch falsche Lehrer, ihr Lehrer gibt es seit der frühen Kirche im Überfluss. Dann lernen wir aber auch, dass der Mensch der Gesetzlosigkeit wahrscheinlich genau das ist, ein Mensch. Es gibt hier in der Kirchengeschichte durchaus verschiedene Überlegungen, wer das ist, ist, ob Nero oder der Papst in unserem Bekenntnis heißt es auch, dass der Papst der Antichrist ist, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens und es spricht auch tatsächlich einiges dafür. Er hat sich anstelle von Christus gesetzt als Oberhaupt der Kirche, Francis Turreton, der reformierte Theologe, hat eine lange Abhandlung darüber, was alles dafür spricht, dass der Papst tatsächlich der Antichrist ist und die Reformatoren waren dort eigentlich ziemlich der Überzeugung und tatsächlich vieles von dem, was wir auch hier lesen, könnte man ziemlich gut auf das Papstum, auf das Amt des Papstes setzen. Spurgeon sagte mal, wenn auch der Papst vielleicht nicht der Antichrist ist, aber er ist ihm so ähnlich, dass er auf jeden Fall auf Verdacht in Untersuchungshaft genommen werden sollte. Aber es gab einige, die sagen, es ist das Papsttum oder Satan oder die Liste geht weiter, aber am sinnvollsten scheint, nachdem wie Paulus das gerade hier im 2. Thessalonicher Brief schreibt, dass es eine menschliche Einzelperson ist, die in einer besonderen Weise auftreten wird, aber sozusagen viele Vorläufe haben wird, wozu mindestens einige Päpste auf jeden Fall dazu gehören. Wenn der Mensch der Gesetzeslosigkeit kommt, wird es eine Rebellion geben, einen Abfall und hier geht es wahrscheinlich tatsächlich um das, was innerhalb der Institutionen Gemeinde stattfindet. Also tatsächlich eine große Verführung, eine Apostasia, also ein Abfall, ein Wegfall von einem vielleicht äußerlich bekannten Glauben. Und er wird sich niederlassen im Tempel Gottes, heißt es hier. Gregory Beale sagt in seinem Kommentar, dass der Tempel Gottes im Neuen Testament eigentlich immer entweder auf Christus oder auf die Gemeinde bezogen wird, nicht mehr irgendwie auf den jüdischen Tempel oder irgendwie einen anderen aufgerichteten Tempel und deswegen geht er davon aus, dass es hier etwas ist, was innerhalb der Kirche oder der Gemeinde eine besondere Wirkung haben wird. Der Mensch wird sich, der Gesetzeslosigkeit wird sich gegen jeden anderen Gegenstand der Anbetung widersetzen. Also er selbst gibt sich als Gott aus und will sozusagen jede Anbetung verhindern gegenüber Christus und das ist halt auch hier dieser gefälschte Christus. Wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Es wird niemand anderes mehr angebetet werden können und dieser Antichristus, dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, er will das quasi auf sich beziehen und dennoch schreibt Paulus, dieser Mensch der Gesetzlosigkeit wird derzeit noch in Schach gehalten. Er wird abgehalten, seine ganze Kraft oder Wirkung zu entfalten. Auch da, ich lese mal hier Kapitel 2 Vers 6 und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbart wird, denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Die Thessalonicher hatten einen Vorteil, ihr wisst, was zurückhält und seit den frühen Auslegern spekulieren und raten die Kommentatoren und sagen, okay, wir können es nicht so genau wissen. Auch hier gibt es ganz unterschiedliche Auslegungen, ob es die staatliche Ordnung ist, die sozusagen eine große Rebellion erstmal zurückhält, ob es der Heilige Geist ist, ob es der Erzengel Michael ist, ob es die Evangeliums Verkündigung ist, das finde ich eine interessante Auslegung, in Markus 13 Vers 10 heißt es und allen Nationen muss vorher das Evangelium gepredigt werden. Das Interessante ist nämlich hier, einmal wird es als Neutrum gesetzt, jetzt wisst ihr, was zurückhält, also wie eine Sache und dann heißt es aber im nächsten Vers, bis der welcher jetzt zurückhält, also das ist eine Sache und eine Person involviert. Aber auf jeden Fall lernen wir, dass Gott in einer Weise diese Kraft zurückhält bis zu der Zeit, die er selbst bestimmt hat. Und dann wird es erst geoffenbart und zwar bewusst offenbart, nicht sozusagen nach eigenem Willen, sondern es ist eine Art Offenbarung durch einen anderen. Es wird aufgedeckt, es wird aufgezeigt und es handelt sich um einen Akt, bei dem dieser Mensch der Gesetzlosigkeit scheinbar passiv ist, aber durch Gottes Kraft und Plan wird es offenbart werden und nicht mehr bedeckt sein, nicht mehr geheim sein, sondern er wird offenbart. Noch wird er zurückgehalten durch den Willen und die Autorität des Allmächtigen Gottes, aber zu einer bestimmten Zeit wird er offenbart werden. Und dieses Auftreten, dieses Kommen wird einhergehen mit falschen Zeichen und Wundern. Auch hier, als Jesus Christus auf die Erde kam, hat er gewirkt in Zeichen und Wundern durch die Kraft Gottes und dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, er wird auftreten, auch mit Zeichen und Wundern, aber durch die Kraft des Satans. Und diejenigen, die dem Mann der Gesetzlosigkeit folgen, sie werden aber durch ihren Unglauben gerichtet werden, in dem Gott ihnen eine starke Verblendung schickt, weil sie die Liebe zur Wahrheit verloren haben, eben gerade diesem Betrug einhergehen. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit wird dann aber durch den Herrn Jesus und den Hauch seines Mundes bei seinem Kommen getötet werden. Er heißt Sohn des Verderbens und das ist eine hebräische Form etwas zu beschreiben. Das heißt nichts anderes als der, der zum Verderben bestimmt ist. Du bist ein Sohn des Todes, heißt du wirst der Todesstrafe nicht entgehen. Ein Sohn des Verderbens ist, du bist bestimmt zum Verderben. Dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, der Gesetzlose, also er ist eine Art Verkörperung von einer vollkommenen Gegensatz zu dem, was Gott als gut und gerecht erklärt. Es gibt auch ein paar alttestamentliche Hinweise und das ist vielleicht auch nochmal bedeutend. In Daniel 11 Vers 36 und 37 heißt es und der König wird nach seinem Belieben handeln und er wird sich erheben und sich groß machen gegen jeden Gott und gegen den Gott der Götter wird er unerhörte Reden führen und er wird Erfolg haben, bis die Verfluchung vollendet ist, denn das Festbeschlossene wird vollzogen und selbst auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten und weder auf den Schatz der Frauen noch auf irgendeinen Gott wird er achten, sondern er wird sich über alles erheben. Also so wie wir es in Daniel 11 lesen, wie er schon auch so manche menschliche Herrscher darstellt, so wird auch dieser Mensch der Gesetzlosigkeit sozusagen all das noch weiter führen, sogar noch übertreffen, aber nach diesem Muster. Und auch in Jesaja 11 Vers 4 und 5 heißt es, sondern er, Gott, er wird die geringen richten in Gerechtigkeit und die Elende des Landes zurechtweisen in Geradheit und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und die Treue der Schurz seiner Lenden. Wir finden auch hier also durchaus, dass Paulus in den Worten, wie er diesen Mensch der Gesetzlosigkeit beschreibt und auch wie er besiegt wird sozusagen Vorzeichen oder Parallelen zu den Propheten und was dort angekündigt wird. Nun noch eine Besonderheit in 2. Thessalonicher 3 Vers 2 heißt es ich lese mal Vers 1 Übrigens Brüder betet für uns dass das Wort des Herrn läuft und verherrlicht wird wie auch bei euch und dass wir gerettet werden von den schlechten und bösen Menschen denn die Treue ist nicht aller Menschen Sache Treu ist aber der Herr der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Das griechische Wort für Treue ist Pistis und das griechische Wort für Glaube ist Pistis und Paulus hat hier sozusagen eine Art Wortspiel man kann es übersetzen mit Glaube oder mit Treue und er sagt die Treue ist nicht aller Menschen Sache hier geht es gerade darum sie sind am evangelisieren sie sind am missionieren aber sie betet für uns dass wir bewahrt werden vor Bedrängnis vor schlechten und bösen Menschen die uns jetzt Unrecht tun wollen und hier ist wahrscheinlich eher die Meinung der Glaube ist nicht aller Menschen Sache es gibt viele die glauben nicht die wollen nicht dem Evangelium gehorsam sein und dann gebraucht Paulus aber das gleiche Wort und sagt treu ist aber der Herr nicht dass der Herr gläubig ist oder glaubt aber treu ist der Herr der euch stärken wird und vor dem Bösen bewahren wird und hier ist sozusagen eine Art Wortspiel die ganz schwer ist zu übersetzen aber es ist nützlich das zu wissen wenn wir verstehen warum bringt Paulus das hier zusammen hier ist im Grunde dass er der eine Satz hört auf mit hä pistes und der nächste Satz beginnt dann mit pistos de also hier bringt er das ganz direkt zusammen die der Glaube oder das Vertrauen der Menschen die die fehlende das fehlende Vertrauen der Menschen aber die Treue Gottes der bewahren wird und auch das wiederum ein Hinweis wie Paulus den Thessalonichen auch mitteilt ich kann mich auch in eure Situation hinein versetzen auch wir werden verfolgt und bitte betet auch für uns aber auch wir vertrauen auf den Herrn der treu ist genau und dann hier heißt es in Vers 17 vorletzten Vers der Gruß mit meiner des Paulus Hand das ist ein Zeichen in jedem Brief so schreibe ich es gibt manche Bibelkritiker die die nehmen sehr sagen bei einigen Briefen im Neuen Testament ach das war gar nicht von Paulus das wurde nur gesagt irgendwelchen Schüler von Paulus haben den Namen Paulus runtergeschrieben weil sie dann ein bisschen mehr Autorität hatten wurde aber viel später geschrieben und so weiter aber das nennt sich Pseudepigraphie also hier wird etwas ein Brief geschrieben unter einem Pseudonym und die sagen ja das war damals überhaupt nicht irgendwie verwerflich oder unmoralisch sondern das wussten die Leute und deswegen war das überhaupt kein Betrug aber Paulus macht hier gerade in diesem zweiten Thessalonicher Brief ganz deutlich hier hier ist irgendwie ein Brief im Umlauf der von uns sein soll ne lasst euch nicht verführen lasst euch durch sowas nicht verunsichern in 2. Thessalonicher 2 Vers 2 dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern und euch erschrecken lasst weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief als seien sie von uns ja und dann sagt er hier das ist übrigens meine Unterschrift so schreibe ich das ist das Zeichen bei jedem Brief den ich schreibe und damit ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf dass Paulus und auch die frühe Gemeinde nicht geduldet hat dass da irgendwie solche gefälschten Briefe unter falschem Namen kursieren durften sondern Paulus sagt hier ich möchte dafür Sorge tragen dass ihr genau wisst welchen Brief ich geschrieben habe und welchen nicht soweit zum zweiten Thessalonicher Brief gibt es hier direkte Fragen wie gesagt manche Dinge bleiben noch ein bisschen offen gerade auch wie jetzt diese Rebellion dieser Abfall aussehen wird und gibt auch manche Spekulation was hat sich eigentlich schon 70 nach Christus zugetragen und was erst später und manches bleibt tatsächlich ein bisschen im Unklaren und ich bin auch etwas vorsichtig da zu deutlich irgendwie eine einzige Position als gültig zu erachten aber es gibt hier gerade was diesen Menschen der Gesetzlosigkeit angeht zumindest einige Aspekte die man sich bewusst werden soll gerade auch in dem Zusammenhang dass Paulus sagt hier das wird beobachtbar sein und darauf solltet ihr achten und das wird ein Zeichen sein vielleicht noch das im ersten Thessalonicher Brief hat Paulus immer wieder gesagt der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht also dieses unmittelbare dieses plötzliches kann jederzeit passieren und hier im zweiten Thessalonicher Brief sagt ja das sollte jetzt nicht sagen bedeuten dass ihr jetzt plötzlich sagt es ist schon geschehen ihr habt es noch nicht gesehen weil er kommt wie ein Dieb in der Nacht nein wenn er kommen wird es wird einhergehen mit so manchen auch weiteren Kennzeichen die dann auch zu beobachten sind und diese beiden Dinge sind auch gut in unserer Endzeitlehre zusammenzuhalten dass es sowohl diese eine Unmittelbarkeit ist aber trotzdem auch Dinge sind die beobachtet werden können wo man auch sagen kann das wird sich erfüllen es muss nicht sein in einem Zeitraum von sieben Jahren oder sonst was es kann ziemlich knapp miteinander einhergehen aber doch so dass nicht etwas völlig im Ungewissen bleibt und das ja plötzlich irgendwie was schon stattgefunden hat und man hat es gar nicht mitbekommen Erik Kapitel 2 ist ja die Art und Weise wie wir umgehen sollen mit Menschen die sich zu festen bekennen aber sie sind ungehorsam zum Beispiel nicht arbeiten oder so wie kann man das richtig umsetzen oder praktizieren zum Beispiel wenn es ein Familienmitglied ist wie mein Vater zum Beispiel der genau genau diesen Fall ist es geht hier ein guter Hinweis also was heißt es dass man sich von denen trennen soll dass man sich zurückziehen soll von ihm der so unordentlich wandelt was heißt das für Familienmitglieder oder sowas es geht hier tatsächlich vor allem um den Gemeindekontext ja also dass eine Form ist zum Beispiel dass jemand nicht am Abendmahl teilnehmen sollte oder dass man so jemanden nicht zu sich nach Hause einlädt oder zum gemeinsamen Mittagessen als Gemeinde und so weiter gerade bei diesen gemeindlichen Dingen wo deutlich ist hier besteht eine Einheit eine Gemeinschaft dass das nicht einfach als wäre es normal fortgeführt wird sondern deutlich wird nee ja Jesus sagt an anderer Stelle behandelt ihn wie ein wie ein Zöllner und Sünder also wir wir machen deutlich wir sehen dich gerade nicht du lebst nicht wie ein Christ wir können nicht einfach so umgehen wie mit einem Christen was aber nicht bedeutet dass man mit jemandem überhaupt nicht mehr sprechen darf oder dergleichen oder auch familiäre Verantwortung nicht nicht wahrnehmen darf aber ebenso dass man ihn nicht behandelt wie einen wie einen Bruder oder eine Schwester im Herrn sondern deutlich macht hier ich ich muss dich ermahnen zu einem rechten Leben zurückzukehren gerade da wo du dich als als Christ als Bruder siehst Samuel hattest du noch eine Frage ja wegen der Trübsal bevor Jesus kommt denkst du dass die kommen wird und oder ja oder wie der die kommt und wie macht man das dann wenn die kommt dann weiß man auch nicht sicher ob das wirklich jetzt die letzte Trübsal ist weil zum Beispiel im Nazireite hätte man ja auch ja ja absolut ja 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 richtig richtig ähm ich denke am besten wird das bezeugt in Matthäus 24 ähm wo im Grunde ausgesagt wird es gibt eine Trübsal eine 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 Bedrängnis die kommt vom ersten kommen Jesu bis zu seinem zweiten also die Gemeinde ist immer bedrängt ja ähm und und wir müssen uns auf gar nichts anderes einstellen dann gibt es aber Hinweise und auch das wird unterschiedlich gedeutet aber dass es eine eine Zeit gibt wahrscheinlich unmittelbar vor Jesu zweiten kommen wo diese wo eine Bedrängnis nochmal wächst aber gerade in Matthäus 24 wird aber auch beschrieben die Zerstörung Jerusalems wo er quasi die Generation die die er direkt anspricht auch nochmal aufzeigt hier es kommt auch jetzt unmittelbar eine große Not und dann seht zu dass ihr auf die Berge flieht und so weiter und so fort was nicht gleichzusetzen ist mit mit der Wiederkunft Christi also man kann das ein bisschen unterschiedlich deuten aber gerade so wie jetzt hier mit dem mit dem Abfall und so weiter gibt es schon einige Hinweise die die zeigen okay die die Gemeinde wird auch in in den Tagen Paulus geht darauf ein auch in Timotheus ja dass die Liebe der meisten erkalten wird und so weiter dass Sünden wachsen aber auf der anderen Seite glaube ich auch dass dass die wahren Gläubigen auch wiederum stärker werden im Glauben in der Liebe genauso wie hier in 2. Thessalonicher ihr wachst in der Liebe und im Glauben ich glaube nicht dass es sozusagen die ganze Gemeinde wird immer schwächer und korrupter und so weiter und so fort sondern dass es sozusagen eigentlich ein Wachstum des Bösen und des Guten geben wird aber dass es eine vielleicht etwas offenbar wird auch von Namenschristen oder von solchen die an einem Punkt sagen nee das ist es uns nicht wert und 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 da abbrechen genau die Bibel ist dort vage und das ist auch ist auch gut genau es bleibt so dass es nicht dass es nicht so sein wird ach ja jetzt wird es immer schlimmer und jetzt sehen wir okay jetzt können wir im Grunde schon den Kalender abzählen jetzt jetzt ist es bald so weit es bleibt so da wo niemand es erwarten wird wird der Herr kommen wie ein Dieb in der Nacht das bleibt ja und aber was die Aposteln nach meiner Meinung nach zumindest andeuten ist macht euch keine zu großen Hoffnungen dass es jetzt mit der Verbreitung des Evangeliums einfach immer besser wird sondern es gibt in der Kirchengeschichte durchaus Schwankungen ja so eine Reformationszeit oder die großen Erweckungen die haben auch politisch auch sozial für für große Verbesserungen und eine moralische ein moralisches Hoch gesorgt und auf der anderen Seite sehen wir auch jetzt in unseren Tagen wie vieles von den Errungenschaften einfach über Bord geworfen werden und man man nimmt wieder moralische Vorstellungen ein wie im schlimmsten Heidentum und von daher ja es es bleibt sozusagen gewisse Prinzipien gewisse Kennzeichen auch die wir nach denen wir achten sollen aber nicht etwas wonach wir die Uhr stellen können und das soll zur Wachsamkeit führen und eben gerade dass man nicht einfach sagt ah ja jetzt weiß ich dass es da ist und jetzt höre ich auf zu arbeiten sondern wir sollen gerade dem Herrn dienen bis zur letzten Stunde ja und bei Hitler im Nazireich oder sowas ich glaube es keine Frage dass er ein Antichrist war dass er tatsächlich zu solch einem solch einer Bosheit und Gesetzlosigkeit geführt hat wie es wie es nur wenigen in der in der Geschichte entspricht und und doch können wir sagen ja dass der das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon jetzt am Werk und trotzdem müssen wir unseren Sinn nicht erschüttern lassen als wäre der Tag des Herrn schon gekommen sondern wir sollen weiter arbeiten weiter dem Herrn treu sein und er wird kommen und dann wird er all dem an der Gesetzlosigkeit ein Ende bereiten gut das gut das wird er